dieser exklusive volvo s60 ist hier zum verkauf angeboten die schwarze limousine hat einen kilometerstand von 92.041 die erstanmeldung war mittel 2010 die limousine bietet zahlreiche ausstattungsdetails wie szenenscheinwerfer einparkhilfe regensensor elektrische fensterheber elektrische sitzeinstellung und noch vieles mehr der oberklasse benziner gibt eine stattliche leistung von 305 ps an ein automatikgetriebe ab kontaktieren sie uns wir beantworten gern ihre frage sie 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 Untertitelung des ZDF, 2020